Ich begrüße euch ganz herzlich zur Tagesbotschaft für den 10. Dezember und heute haben wir die Karte Zeit der Heilung. Du kommst in eine Heilungsenergie oder wirst jetzt hier eine Heilung abschließen. Es scheint ein sehr, sehr angenehmer Tag zu sein von den Energien her und einfach Heilungsenergie kommt in dein Leben. Damit wünsche ich einen schönen Tag. Ciao!